b r eine fette mit kurs von mir vielen dank dass wir eingeschaltet hat und herzlich willkommen zu einem weiteren rundherrn von der teilen folgt zwei open beta beziehungsweise tech test wie sie es nennen um weg von quant 10 dollar spektat okay also wir spielen um bau und die bau 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 und die bezie意思 das山 kringier dollar und die dollar können wir an kids aber kann man machen um man kann auch dass von anderen play von anderen spielern wie viele kommen denn hier gerade ich habe mir auch mal den neuen titen typen geholt beide typen stimme heißt er da kann sich selbst heilen also schnell heilen und sich schneller machen ich glaube da in die mitte müssen wir rein um die sachen abschliefern die wir haben oder wo ist denn das ach das ist oben okay dann tschüss wie kommt man denn da so easy hoch okay ist es nicht oben wo liefere ich denn jetzt mein geld ab jawohl und jetzt klaut er mir das wo muss ich das abliefern jetzt mal ohne spaß ist das nicht das wo man auch abliefern kann oder muss man das einfach behalten ich habe ehrlich gesagt noch keine ahnung ist das erste mal dass ich den modus spiele so da kommen sie alle 60 dollar haben wir in der tasche 70 die hätte ich jetzt auch gerne mal so in der tasche kann ich mich nicht beschweren so danke dafür 155 haben wir jetzt jawohl 219 jetzt sind wir reich alle youtube mani youtube mani wie geil ist der modus denn du kriegst einfach mani dafür wenn du gegner tötest so komm her dich wohl ich mein freund jawohl 288 so sieht es aus jetzt kann man deposit alles klar nein gut da habe ich gerade mein links angemacht jawohl hart abgekehrt stein 120 ich habe gerade meinen stimmen angemacht damit ich alles glatten ist auch damit ich mich schneller heil und das hat mir auch richtig den arsch gerettet okay dann komm halt dahin überhaupt kein problem so jawohl hallo nein der wäre so nice gewesen oh shit okay titan battle ich habe gerade richtig hart damage reingekriegt weil ich in meinen eigenen shit stand new bounty incoming alles klar bam ich baller dich okay ja seiner macht aber auch einen abgang und ich muss hier langsam raus ich mache mich mal schneller hier gerade alter ist das nice alter ist das nice okay ich glaube ich habe meinen typen gefunden ohne spaß das war gerade hammergeil wie schnell ich war und heilung war richtig schnell und geil so okay bounty loss collector okay ich weiß gerade gar nicht was sie so machen müssen wie sieht das denn aus wenn man hier ach lol meiner ist noch aktiv okay das ist ein verbündeter dann will ich ihn mal unterstützen hier ja ich habe auch gerade als zip gelesen man muss gar nicht mehr auf den feindlichen titan drauf sitzen und dann auf diesen core ballern den man da raus holt ähm das ist nur noch dass man rauf springt und dann diese battery da raus zieht oh oh das hört sich nicht gut an ich weiß immer noch nicht was das grüne ist was ich da jetzt aufgesammelt habe das sieht irgendwie aus wie eine batterie oder sowas soll ich nochmal schnell an hier dass ich da schnell hinkomme so jawohl money abgeliefert ja danke dafür dann kann ich gleich nochmal ein bisschen bank ist close alles klar so so das sind die drop zones da muss man nämlich hin und die gegner töten ich probiere mal gerade was aus ja ok wenn man dieses waffen system dass sie besser sind dann kostet das energie von den zeiten das ist gut zu wissen so hier schnell Aua war das ein spieler weiß ich gerade nicht ok das sind quants das ist mal ein neuer spielmodus der gefällt mir eigentlich oh shit da kam eine granate ich weiß nicht ob die minions auch granaten werfen können wenn nicht dann bedeutet das dass sie irgendwo ein spieler ist aber da ich ihn bis jetzt noch nicht gesehen habe und für den modus ist es halt auch wichtig dass man endlos munition hat ich weiß gar nicht ob das bei titanfall 1 auch so war dass man halt ein magazin hatte aber da war dann irgendwann halt und titan irgendwann ist halt das magazin leer da muss man nachladen aber man hat halt endlos munition so alter zweiter titan jetzt in der runde bam ja man kann die doch auch über rennen ja alles klar scheiß auf schießen stampf 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 ist das geil so hier da boah boah wir haben 320 dollar wir sind richtig rich hier gerade ich weiß gar nicht wie lange ist die dropzone hier aktiv ok da ist ein gegnerischer spieler den habe ich aber direkt einem gegeben hier ist noch einer ok das wurde da angezeigt ok jetzt sind wir hier durch rave complete jetzt können wir da geld abliefern ich habe 452 dollar und ich habe jetzt meine ich habe keine ahnung wie das heißt meine titan ulti oder irgendwie sowas komm ich da auch mit dem titan hin sieht nicht so aus von daher mache ich das mal einmal so schnell schnell abliefern jawohl money 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 so schnell wieder rein da und jetzt will ich gleich mal warm alter jawohl gib ihm ordentlich jawohl wie ihm das gegeben hat ist das geil hohohohoho hat das damage gemacht leckt mich am Arsch was war das jetzt war das ein smoke oder irgendwie sowas alles klar wir haben jetzt einen Typen von uns drauf New bounty incoming alles klar titan da müssen wir jetzt gegen titans kämpfen jawohl da kommt einfach ein titan da sitzt auch ein gegner drauf flame core nein die messer ausgewicht und scheiße alter was läuft denn bei dir junge schäme 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 alter ja der macht gut der mitsch aber er kriegt auch ordentlich rein hier gerade jawohl ich habe auch wieder meinen meine ähm bounty hier mein bounty meine ulti meine ich so so einfach mal platt getreten den sack ich will da hinten nochmal schnell hin und den noch holen der kriegt auch schon ein bisschen damage ich glaube von die gegnern ich werde gekürbelt scheiße da kann ich jetzt nichts machen ja da hat er jetzt meine äh dingens raus geholt pass auf bam ja aber noch kann ich jetzt muss ich langsam raus oh shit da hat der schneller einen abgang gemacht als ich dachte scheiße das hat sich ich hatte so viel geld ich hatte 400 oder so ah ok 193 haben wir jetzt das liefern wir jetzt schön ab so da 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 ich weiß immer noch nicht was diese grünen zeichen da sind wir mal ein bisschen durch die gegend jumpen hier mal was ist das man kann das aufsammeln aber ich habe keine ahnung was das bringt hier noch eins aber man kann nur eins tragen ich habe keine ahnung was das bringt ähm ja wenn ihr es wisst dann schreibt es mal in die kommentare äh das ist press to call out battery ah das ist eine battery für die titans kann man die wieder kann man die heilen ey komm her nein ich hätte dich doch heilen können oh ich habe den äh typen vom hals gehalt ich hätte dich heilen können junge du gehst einfach kann ich noch kann ich jetzt jawohl kann sie noch ein machen ist er wieder aktiv jetzt alter was hat denn ausgehalten ähm weapons systems will ich aber nicht ich will hier oh oh was ist er denn hier 傳 oh sh.. ho 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 ich dachte auf den kann ich rauf springen aber nichts da okay die halten jetzt gut was aus hier bringen aber auch ein bisschen mehr dollar ähm Da will ein Gunt wegrennen. Ja, das mit den Batteries ist ja eigentlich voll nice. Dann kann man sich ja so gegenseitig heilen dann. Oder selbst. Moment, er könnte hier gebrauchen wieder. Da sieht man sein Leben gerade links oben. Und jetzt ist er wieder voll. Das ist doch hammer nice. Also persönlich bringt das halt nicht allzu viel. Außer, dass wir halt noch einen Titan aktiv haben. Was er eigentlich nicht schaden kann. Ja, und rein da der dritte Titan. Jawohl. Hallöchen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Bam. Das hat ordentlich reingedrückt. Jawohl, weg damit. Ja, mach mal lieber einen Abgang, mein Freund. Oh, oh. Das wird übel. Oh, da werde ich drauf gehen. Okay, ich muss raus. Aber der Gegner, Titan ist auf, fast weg. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich gerade auf die Gegnerischen Titan raufgesprungen? Was passiert hier gerade? Wo bin ich? Mein Leben. Okay, Titan ist es. Stalker, Stalker, Specter, nein. Hilfe. Aber es ist ja für Action. Gegnerisch. Pilot. Komm her. Alter, was ist hier gerade los? Ich cache gerade richtig hart ab, übrigens. Da, Pilot, Pilot, Pilot. Weg damit. So, hier ist jetzt wieder eine Battery. Ah, ich habe 604 Dollar. Ich habe 604 Dollar. Ich bin reich. Leckt mir die Nudel. Okay, ich muss nachladen. Ach, die Zeit ist vorbei, oder was? Ich glaube, die Zeit ist vorbei, ja. Oh, shit. Lass mir. Lass mir. No. Bitch. Komm her. Alter, wie schnell ich bin. Nein, 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 nein. Nicht mich. Nein. Ich wollte auf ihn rauf. Oh, scheiße. Boah, da kommst du aber echt schwer hinterher. Ist da hinterher zu rennen. Harte Nuss. Mit neuen Stim bin ich eigentlich ganz gut reingekommen, aber... Oh, ja. Hat dann doch nicht gereicht. Ja, das kriegt man alleine nicht down, das Dropschiff. Oder haben die das geändert? Auf jeden Fall, in Titanfall 1 war das schwer zu zerstören, das weiß ich. Okay, das Schild ist weg, aber dem Schiff selbst muss man, glaube ich, sehr wenig schauen. Wie viele sind da denn gekommen von denen? Zwei. Einer ist noch im Titan drin und einer ist noch im Pilot. Ja, das war Bounty Hunt auf Homestead. Ich muss sagen, der Modus, der gefällt mir. Der ist echt nice. Da ist ordentlich Action drin, was man gerade gesehen hat. Ich konnte drei Titans reinholen. Und ja, mir hat er gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, das ganze Video und natürlich auch den Modus dann, könnt ihr es in die Kommentare schreiben oder sogar ein Like da lassen. Ja, über ein... Oh, was ist das denn schönes? Über ein Abo werden wir uns natürlich auch immer wieder riesig freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.